Und das sind wir. Oh, kann es sehen. Oh, kann es sehen. Oh, kann es sehen. Oh, kann es sehen. So, äh, weiß ich nicht, vielleicht kann ich eigentlich entzaubern. Scheißerfee 22, äh, oder fast 23 Gold. Ah, total. Ich hab immer das Gold genommen. Gut. Dann gehen wir mal verhökern. Den guten Stoff. Wenn so ein Schwanz aussieht, ne? Na ja. So. Freu nicht, freu nicht. Hm. Schocken können wir eh nicht, aber ich behalte es immer. Gut. Dit is good. So. Machen wir noch ein paar. Seinballen. Warum ich das jetzt mache, keine Ahnung. Ich muss das echt mal hochskillen, ey. Flüchtiges Feuer. Ja. Ja. Muss ich mal ins Auktionshaus, looky, looky, machen. Hm. Wird euch schon fast dazu gewillt, dort jetzt hinzugehen. Aber ich mach es nicht. Das wird die Eiskalt weitergequestet. Uhuhuhu. Und wir haben fast ein Lab. So. Wo bekommt man dieses Kamel mit nur einem Höcker? Hm. Weiß ich nicht. Gut. Äh. Gott. Ich hasse Wüste. Ein Tanaris Feuer konnte ich nicht questen am Tag. Hab ich immer Kopfschmerzen bekommen. Keine Ahnung warum. Aber mittlerweile ist es nicht mehr. So. Gott. Und jetzt? Wo ist der? Da. Der Kackstelzen. Äh. So. Definitiv brau. Oh. Ist das ne Keule hier. Gut. Was soll ich denn jetzt machen? Das Geheimnis von Nahom? Ich ahne. Entschuldigung. Dass diese Tür. Gleich aufgeht. Ich weiß es. Ist zu gut. Okay. Was brauchen wir denn? Töten. Können wir noch irgendwie was? Ja. Spähen. Was ist das denn? Cool Sammelquest. Ne. Das ist als Droide ja immer fein. Naja. Greifen wir mal einen Räuber an. Der nicht mehr lange lebt. Tsss. 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 Gut. Räuber hatten wir. Und dann ist da noch ein Blünderer. Ich zeige ja immer jeden Gegner. Ja. Sag mal. Was ist denn jetzt los? Dann da unsere Räuspeln. Lame. Ey. Sag mal. Machen die auch irgendwas? Das ist ja schon fast langweilig. Naja. Ich töte die eben. Und sammle diese. komischen Dinger da ein. Bis sofort. So. Hier habe ich einen Seer noch gefunden. Tun wir auch noch den Seer hier gerade nieten. Oh. Schattenblitz. Schattenblitz. Oh mein Gott. Was machst du? Oh. Ja. Das ging dann doch ein bisschen zu schnell. Machen wir den auch noch. Wirklich viel mal an dir nicht. Oh. Schattenblitz. Oh. Hilfe. Oh mein Gott. Noch ein Schattenblitz. Was mache ich denn jetzt? Oh. Ein Fluch. Oh mein Gott. War das alles? Oh. Das tut mir aber leid. Nicht. Was macht denn der Fluch eigentlich? Oh Gott. Hm. Verringert den verursachten Magieschaden des Zielshöften in Sekunden lang um 10%. Na ja. Wirklich viel bringt es nicht. Also. So. Und da sind wir wieder. So. Was wollen wir denn? Nichts von dem. Und was wollen wir von dem? Gold. Ja. Das nehmen wir gern. Die Chiffre. Boah. Wenn ich jetzt wüsste, was das heißt. Oder was das ist. Keine Ahnung. Google ist der Helfer. Chiffre. Boah. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich fliege da mal hin. Moment. So. Und das sind toll. Und es kommt jetzt nicht mehr. Das könnte ich jetzt nicht tun. Weil. Auf der Taste. Zur Aufnahme. War Fahrzeug verlassen. Draufgelegt. Und das brauche ich nicht. Habe ich noch nie genutzt. Um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie. Oh la 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 la. Aber das passt. Tut mir jetzt erstmal den hier. Der hat das. Chiffre. Wissen wir noch nicht, was das ist. Jetzt geh endlich put. Geht doch. Da nutze ich gleich mal Google, um das zu gucken. Und jetzt interessiert mich jetzt auch schon, was da da ist. Gut. Gehen wir mal das ab. Es. Es hat ge... What the fuck. Mit dem Unteroffizier. Ach ne. Nicht, dass ich da... Oh ne. Muss ich das jetzt echt verteidigen? Ja. Die Verteidigung von... Na ho... Ne. Wollte ich doch gar nicht. Sonnenleuchten. Das Blinkt ist. Das Blinkt ist.